Hallo liebe Sternenfreunde, jetzt ist auch Teil 2 des großen Jahreshoroskops online, die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres für alle Sternzeichen. Für den Januar gibt es eine extra kosmische Schwingung mit den ausführlichen Tendenzen und auch auf eure Top-Tage braucht ihr nicht zu verzichten, dafür gibt es extra Videos. Und dann habe ich noch etwas Besonderes für euch, ab sofort gibt es mein großes Jahreshoroskop auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 für euch zum Nachlesen und Nachschlagen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in das Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe kostet 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos findet ihr auf meiner Homepage und unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch ein ganz tolles, erfolgreiches neues Jahr und alles, alles Gute mit den Sternen!